Hallo, mein Name ist Max Putz, ich bin 33 Jahre alt und ich bin der Torhüter der DJ Torhüter. Wie fühlt sich die Auszeichnung Torschützer des Monats Juli der ARD Sportschau für dich an? Es ist natürlich eine Riesenehre für mich, in so einem renommierten Kreis genannt zu werden als Tor des Monats. Es ist für mich, wie gesagt, eine Riesenehre und vor allem repräsentiert es auch mit dem Verein, die DJ Torhüter Vilsing, weil da wirklich sehr, sehr gut gearbeitet wird und ich freue mich einfach nur riesig und bin auch dankbar für die Mannschaft. Wie hat dein Umfeld auf die Nominierung reagiert? Ja, am Anfang war es ein bisschen perplex, dass ich ein Tor geschossen habe, aber die haben sich natürlich alle riesig gefreut. Und es ist natürlich schon eine gewisse Seltenheit, dass ein Torhüter ein Tor schießt, aber ich habe viel Positives noch geerntet. Wem möchtest du besonders danken? Besonders an sich gibt es da keine Person. Natürlich auch meiner Freundin will ich da immer wieder danken, weil die macht natürlich viel mit. Das ist natürlich ein hoher Aufwand, was wir hier betreiben, aber im Speziellen, wenn ich jetzt sagen will, auf das Tor natürlich meinen Torhütertrainer, Stefan Siegl, der diese Dinge immer wieder explizit mit mir trainiert und war einer der ersten Gratulanten auf dem Tor auch bei mir. Du bist erst der elfte Torwart in der Geschichte des Preises, der die Auszeichnung erhält und stehst nun in einer Reihe mit Ex-Nationalkeeper Jens Lehmann, Marvin Hitz oder Vincent Müller. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, sehr, sehr surreal, wenn man diese ganzen Namen hört. Die haben ja wirklich eine Wahnsinnskarriere hinter sich. Und ich bin ja rein im Amateurbereich bis dato tätig gewesen. Ich denke wohl auch, ich werde auch im Profibereich erscheinen. Also es ist ja auf jeden Fall eine riesen Ehre, mit diesen Namen in einem Abzug genannt zu werden.